Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue Toyota-Jahres-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, sprinten zu ihrem Toyota-Partner. Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Time for Crime. Natürlich wieder wunderbar, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr, habe heute für euch zwei Vermisstfälle dabei. Aus den 80er Jahren sind beide. Einmal aus den USA und der zweite Fall dann später aus Neuseeland. Ja, also seid gespannt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid gut in die Woche gestartet und natürlich auch in den Mai. Und ja, der Mai ist schon wieder da. Unglaublich, wie die Zeit rennt. Und es wird auch wirklich, momentan ist ja echt wirklich richtig, richtig gutes Wetter. Temperaturen sind auch wunderbar. Also, wenn ich das jetzt aufnehme für euch, das ist ja schon ein bisschen früher als jetzt, wenn die Folge online kommt. Aber ich kann euch so viel sagen. Es war wirklich supergeile Temperaturen. Ich glaube, wir waren bei 25, 27 Grad jetzt schon und das Anfang Mai. Also, da kann noch gut was kommen, Leute. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, wir starten noch einfach in den ersten Fall in die USA gehen wir da, wie gesagt. Und es geht hier um, ja, einen vermissten Fall, aber eigentlich auch um einen Mordfall. Und zwar geht es hier um einen vermissten Fall von Stephen W. Hendricks und einen Mord von Rebecca Sue Harvey. Also, seid gespannt. Ja, ich habe ja am Anfang gesagt, es ist ja zwei Vermisstfälle. Das ist ja auch richtig. Aber es kommt eigentlich jetzt in diesem Fall auch noch einen Mordfall dazu. Aber jetzt erst mal nacheinander. Kommen wir zu Stephen W. Hendricks als erstes. Stephen wurde am 26. Juli 1966 in Indiana geboren. Im September 1988 war er also 22 Jahre alt. Er arbeitete bei Grand Nieves Body Shop. Das ist eine Werkstatt. Er wurde beschrieben als freundlich, fleißig, hilfsbereit und zuverlässig. Er lebte in einem angemieteten Haus und hatte eine Freundin, die war 18 Jahre alt, also vier Jahre jünger als er, namens Rebecca Harvey. Die beiden waren verlobt und wollten auch heiraten. Mitte August 1988 zog sie dann bei ihm ein. Das bedeutet, ungefähr ein Monat haben die beiden zusammen gewohnt. Kommen wir nun zu Rebecca Harvey. Rebecca wurde, also auch Becky genannt, wurde am 30. Juni 1970 geboren. Sie hatte einen jüngeren Halbbruder namens Chris. Der ist 1975 geboren. Sie war Schülerin der Washington High School und arbeitete nach dem Unterricht in einer Pizzeria. Dann kam es zu einem schicksalshaften Tag bzw. schicksalshaften Nacht. Es war der 5. September 1988. Ungefähr um 3.30 Uhr gab es in dem Haus, in diesem angemieteten Haus von Stephen, einen Brand. Eine Nachbarin meldete diesen Brand auch. Und es war halt so, dass ein fremder Mann an ihre Tür klopfte. Sie machte aber nicht auf und er hat halt durch die Tür mit der Nachbarin gesprochen und sagte, sie soll doch bitte die Feuerwehr rufen, da im Nachbarhaus würde es brennen. Problem hier ist, dass die Nachbarin diesen Mann nicht gesehen hat, weil sie ja die Tür nicht aufgemacht hat und keiner weiß, wer dieser Mann gewesen ist. Der Brand wurde dann Gott sei Dank auch gelöscht und man hat natürlich dann auch das Haus durchsucht, was dann halt vom Haus noch übrig geblieben ist. In dem Schlafzimmer wurde die teilweise verkohlte Leiche oder beziehungsweise der verkohlte Körper von Rebecca gefunden. Aber von Stephen fehlte jede Spur. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich ein sehr, sehr großer Schock. Stephen ist verschwunden. Rebecca ist in dem Feuer ums Leben gekommen. Also ganz, ganz, eine ganz, ganz schreckliche Situation. Und es war auch so, dass die Ermittler, die natürlich dazugezogen wurden, ja natürlich die Brandursache und so weiter, die wollten natürlich das ermitteln. Und man hat einen Ausgangspunkt des Brandes gefunden, also der Herd des Brandes. Der war unter dem Bett, in dem Rebecca lag. Also es war definitiv hier Brandstiftung. Genau, also man ging jetzt davon aus, dass Rebecca und auch das Bett, wo sie drin lag, mit Benzin übergossen wurden und dann angezündet wurden. Also sie muss noch gelebt haben, als sie in Brand gesetzt wurde. Also ich will mir das echt nicht vorstellen. Bei aller Liebe, was das für Schmerzen sind. Also ich kriege schon wieder Gänsehaut, meine Lieben. Das ist wirklich, also da fehlen mir wirklich die Worte. Also ganz schrecklich. Es war auch so, dass sie ans Bett gefesselt war. Und das ist auch schon wieder so ein, ja das ist definitiv, also selbst, wenn sie in Brand gesetzt wurde, das ist definitiv, also derjenige, der das getan hat, der wollte ja, dass sie stirbt. Und natürlich ist es noch krasser, wenn sie vorher ans Bett gefesselt wurde und dann angezündet wurde. Das ist ja, das ist ja, ja das ist ja eine Tortur, das ist ja Folter, das ist ja, ja kaum in Worte zu fassen. Und ja, natürlich hat man halt das rausgefunden, dass sie noch am Leben war, als sie dann an das Bett gefesselt wurde und dann angezündet wurde. aufgrund von Rußpartikeln, die sie eingeatmet hat. Ja, also, ähm, Stephen wurde als Tatverdächtiger hier ausgeschlossen. Aber da kommen wir nachher nochmal dazu. Zurückgelassen wurde von Stephen seine Stiefel, seine Brieftasche, persönliche Gegenstände, die, seine Kleidung, ne, also, er hat jetzt nicht irgendwie Sachen gepackt oder so, also, die Kleidung war noch da und alle Fahrzeuge standen vor der Tür. Also, er ist dann auch nicht irgendwie mit irgendeinem Fahrzeug dann abgehauen, wenn er das gewesen sein sollte. Deswegen haben sie ihn wahrscheinlich auch als, ähm, Täter in diesem Fall ausgeschlossen. Aber, die Frage ist ja trotzdem, die ich jetzt hier mal in den Raum stelle, wenn er nicht der Täter war, dann war er doch vielleicht auch ein zweites Opfer? Ja, und was ist mit ihm passiert? Wo ist er, ähm, entführt worden? Was hat man mit ihm gemacht? Und vor allen Dingen die Frage aller Fragen, wer hat dies getan? Also, er arbeitete in einer Werkstatt, das habe ich ja vorher schon gesagt, und er hat auch seinen letzten Gehaltscheck, Check, Gehaltscheck niemals abgeholt. Ja, und, genau, so wie sein Werkzeug, also, er hatte auch ein spezielles Werkzeug, was ihm gehörte, dieses Werkzeug war immer noch in der Werkstatt, das hat er nie abgeholt und das war ein Gesamtwert von 2.000 Dollar und das ist schon, ja, nicht ohne. Und, ja, also, das war alles da und da hat man dann schon sich Gedanken gemacht, wenn er seinen Check nicht abholt, sein eigenes Werkzeug, was einen Wert von 2.000 Dollar hat, da lässt im Unternehmen, dann muss ihm irgendwas passiert sein, dann kann er nicht einfach freiwillig verschwunden sein. Natürlich kann es sein, dass er gesagt hat, wenn er jetzt zum Beispiel wirklich die Tat begangen haben sollte, was man ja nicht glaubt, aufgrund einiger Hinweise, dass er dann vielleicht sich gedacht hat, ja, ich will jetzt ein neues Leben anfangen, dann, ja, warum sollte ich den Gehaltscheck abholen, warum sollte ich das Werkzeug abholen, natürlich kannst du das Werkzeug, das hätte man ja auch noch verkaufen können und hätte da bestimmt echt gutes Geld noch machen können, aber das sei erst mal dahingestellt. Das letzte Mal, an dem er lebend gesehen wurde, der letzte Tag, beziehungsweise die letzte Nacht, war in der Nacht zum 4. September 1988. Also, ne, wie wir ja wissen, der Brand wurde am 5. September in der Nacht gesichtet und er wurde in der Nacht zum 4. September, also einen Tag vorher das letzte Mal gesehen. Was ist also in dieser Zeit überhaupt passiert? Die Ermittler müssen wohl Infos vorliegen haben, die eindeutig belegen, dass Steven unschuldig ist. Natürlich ist das alles Täterwissen und natürlich wissen wir ganz genau, dass Ermittler in so einem Fall dann nicht an die Öffentlichkeit gehen und irgendwie Täterwissen an die Öffentlichkeit bringen. Ganz, ganz klar, denn wenn sie irgendeinen Tatverdächtigen haben und der irgendwas sagt, dann kann das nur in bestimmten Infos sein, die nur der Täter weiß und dann hätten sie jemanden überführen können. Somit völlig berechtigt, einige Sachen immer wieder zurückzuhalten, die hier in bestimmten Fällen natürlich wichtig sind. Und es war so, man hat ihn als Opfer eingestuft und es kann sein, man geht leicht davon aus, dass es der Ex-Freund von Rebecca war, der hier vielleicht so ein bisschen auch eifersüchtig auf Steven war und das Problem war einfach nur, dass dieser Ex-Freund von Rebecca ein Alibi hatte. Das erst einmal dazu. Mitte August 2019 sperrte man den Friedhof, auf dem Rebecca beerdigt wurde. Es kam ein Gerücht auf, dass zur Zeit des Mordes ein neues Grab ausgehoben wurde auf dem Friedhof und ja, man ging davon aus, also die Polizei hat dann halt nach dem Grab gesucht, was man da so zu der Zeit eventuell wirklich ausgehoben hat und hat dann wohl irgendwie das Grab gefunden, hat dann die Leiche darin exhumiert und genau, also man ist halt davon ausgegangen, dass man dort Steven findet, dass man, also dass der Täter, man muss sich das überlegen, dass der Täter ihn vielleicht entführt hätte, dann umgebracht hat und dann einfach auf dem Friedhof gegangen ist, ein Grab ausgehoben hat und Steven da einfach reingeschmissen hat und dann das Ganze wieder zu gemacht hat. Das, oder ich sag mal, ja, das hat die Polizei sich so gedacht oder ist davon ausgegangen, dass er ihn, also Steven, in diesem Grab vergraben haben könnte. Aber man hat leider nicht wirklich seine Überreste gefunden, seine sterblichen Überreste. Und da ist halt wirklich immer die Frage, was um alles in der Welt ist bitte mit Steven passiert? Ne? Also, ich gehe auch stark davon aus, wenn sie ihn da wirklich nicht gefunden haben, dann, ja, was ist mit ihm passiert? Wo ist Steven? Und ich persönlich glaube nicht, dass er das getan hat, weil er vieles halt wirklich dagegen spricht und halt ihn als Opfer sieht und nicht als Täter. Ich beschreibe jetzt Steven nochmal, weil er ja halt bis heute als vermisst gilt. Er wird vermisst seit dem 5. September 1988. Da war er 22 Jahre alt, 1,77 Meter groß und wog 135 Pfund. Er hatte schwarze Haare und braune Augen. Und heute, wenn Steven heute noch leben würde, irgendwo, dann wäre er 57 Jahre alt. Das muss man sich mal reinziehen. Entschuldigung für das Wort jetzt. Ja, er war 22 Jahre alt, als er verschwand und jetzt wäre er 57. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, ne? Die Mutter von Rebecca starb mit nur 50 Jahren im Jahr 2001 schon und auch ihr Halbbruder, der verstarb erst vor ein paar Jahren im Jahr 2022. Ja, also erst einmal das, was mit Rebecca vorgefallen ist, finde ich wirklich erst einmal wirklich sehr erschreckend und dass man dann auch nachweisen oder halt rekonstruieren konnte, sie war an dem Bett gefesselt worden und dann angezündet worden bei lebendigem Leib. Wie wird das jetzt wissen? Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es wirklich aus Eifersucht der Ex-Freund war, selbst wenn er ein Alibi hat. Jeder kann sich irgendwie ein Alibi verschaffen mit irgendwelchen Zeugen. Ganz im Ernst, ne? Also da ist ja schon wieder, ja, ich weiß, Unschuldsvermutungen und so weiter. Das lassen wir mal da hingestellt. Aber wenn man sich wirklich das überlegt, die beiden hatten keine Feinde, ähm, sie, also die Polizei hat kein anderes Motiv irgendwie gefunden, warum, ähm, Steven verschwunden ist, eventuell entführt wurde von dem besagten Täter oder Täteren wahrscheinlich. Ähm, und warum Rebecca sterben musste und auch gerade auf diese grausame Art und Weise. Das ist so wirklich sehr, sehr grausam. Da ist halt wirklich die große Frage, wer war es? Und ich glaube nicht, dass wenn es einfach irgendein Einbrecher gewesen ist, also, nein, das glaube ich auch nicht. Es muss wirklich jemand sein, der gegen beide oder gerade speziell, ähm, gegen Rebecca so ein Groll hatte, dass er sie so bestialisch umgebracht hat und Steven entführt hat und dann, keine Ahnung, wer weiß, was derjenige oder diejenigen mit ihm dann auch angestellt haben. Na, weil man kann natürlich auch, äh, ihr wisst es, äh, auch zu gut, man kann Leichen so, so, auf so viele Arten verschwinden lassen, dass man sie gar nicht mehr findet oder, ja, dass es einfach nur durch Zufall, ähm, irgendwelche Überreste gefunden werden, ne? Also, ob das jetzt im Wald vergraben ist, ob das in der Wüste ist, dass man in der Wüste irgendwie, da kommt ja fast keiner hin, das wäre auch ein, ähm, sehr, sehr guter Ort, um irgendwie eine Leiche loszuwerden. Man kann aber natürlich auch mit Säure arbeiten, also so, so viele Sachen, ähm, und deswegen denke ich auch, dass ganz, ganz viele Fälle auch nie aufgeklärt werden und dass es immer nur, ähm, Kommissar Zufall ist, dass irgendwann mal irgendwelche Überreste von, äh, speziell den bestimmten vermissten Leuten gefunden werden, ähm, ja, dass es einfach nur Zufall ist. Ja, das zu diesem Fall, ähm, wie gesagt, ich denke, dass es jemand war, der einen Groll auf beide hatte, speziell auf Rebecca, sie dann ermordet hat, also er hat es geschafft, ja, sie ist tot und Stephen dann mitgenommen hat. Und ich glaube auch, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht nur ein Täter ist. was sagt ihr? Schreibt es mir noch gerne auf Instagram, würde mich sehr darüber freuen, eure Meinung dazu zu wissen, ob ihr denkt, das ist vielleicht ein Täter, war es ein Täter, waren es mehrere Täter, was meint ihr dazu? Jetzt kommen wir zu unserem zweiten vermissten Fall, hier, äh, und zwar in Neuseeland. Wir gehen jetzt nach Neuseeland und hier geht es, ähm, in das Jahr 1983, also noch ein Tick weiter zurück und es geht hier um den Fall von Kirsa Jensen. Kirsa Jensen wurde am 15. Dezember 1968 geboren. Zu dem damaligen Zeitpunkt, also im Jahr 1983, war Kirsa also 14 Jahre alt. Es, äh, war am 1. September 83 um 15 Uhr, da wollte sie ihr Pferd abholen und sie wurde dann von einem Zeugen gesichtet und zwar mit einem blutigen Gesicht und ihrem Pferd in der Nähe einer alten, ähm, Kanonenstellung des Zweiten Weltkrieges an der Mündung des Tude-Kuri-Flusses, zur gleichen Zeit sprach sie wohl mit einem Mann in einem weißen Fahrzeug, da hat, das hatte man beobachtet, das gaben Zeugen zu Protokoll und, äh, um 17.30 Uhr an diesem Tag, also zweieinhalb Stunden, nachdem sie ihr Pferd abholen wollte, machten sich ihre Eltern Sorgen um Kirsa, weil sie noch nicht nach Haus gekommen ist. Also ich weiß nicht genau, wann sie jetzt gesagt hatte, wann sie zu Hause sein sollte, auf jeden Fall wurde hier um 17.30 Uhr sich schon Gedanken seitens der Eltern gemacht und sehr, sehr große Sorgen gemacht. Dann fand man auch noch ihr Pferd komplett alleine, was dann noch mehr Sorgen bereiten sollte. Ja, man hat sie, man hat nichts mehr gefunden, wie gesagt, wir waren jetzt hier am 1. September. Fünf Tage später, am 6. September 83, von einer Zeitung des Ortes wurde eine Belohnung ausgelobt von 5000 Dollar. Passanten melden eine bestimmte Beobachtung und zwar meinten sie, dass sie einen Mann gesehen haben, der einem Mädchen gefolgt ist. Dieser Mann war circa 1,80 Meter groß und zwischen 45 und 50 Jahren alt, also 1983 natürlich. Eventuell war dieses Mädchen, dem er gefolgt ist, Kirsa, aber das konnten natürlich die Zeugen nicht so ganz bestätigen. Ein weißes Fahrzeug haben sie auch gesehen, da ist es natürlich wieder eine Übereinstimmung. Dieses weiße Fahrzeug hatte braune Seiten. Eine andere Zeugin hat wohl mit Kirsa direkt gesprochen. Diese hatte nämlich das blutige Gesicht der Teenagerin gesehen und hat sie darauf angesprochen und sie meinte, sie wäre vom Pferd gefallen und jemand wollte ihre Eltern holen. Also ja, dass die Eltern schon informiert wurden. Wiederum ein anderer Zeuge hat dann ungefähr um 16 Uhr 30 fuhr er an einem weißen Fahrzeug vorbei und Leute, das sind unterschiedliche Zeugen, die von einem weißen Fahrzeug gesprochen haben. Das kann kein Zufall sein. Und in der Region beziehungsweise um die bestimmte Uhrzeit herum, das ist kein Zufall. Wie gesagt, um 16 Uhr 30 ist diese andere Zeuge dann an einem weißen Fahrzeug vorbeigefahren und hat einen braunhaarigen weißen Mann in dem Auto gesehen, der ca. bis 30 Jahre alt war und er hatte den Arm um die Schultern des Beifahrers und man geht davon aus, dass es Kieser war. Aber genauere Infos hat man natürlich nicht, weil es ist eine Zeugenaussage, ob das wirklich irgendwie im Zusammenhang besteht mit dem vermissten Fahr jetzt von Kieser. Das ist halt die Frage. Ja, man hat sie nie gefunden. Das ist die große Feststellung hier in diesem Fall. Sie wurde nicht gefunden, es wurde gar nichts von ihr gefunden, außer ihr Pferd wurde alleine vorgefunden, das war es aber. Und das ist natürlich die große Frage auch, ob die Zeugen dann auch die Wahrheit sagen, dass sie auch gerade die eine Zeugin, die dann direkt mit ihr gesprochen hat. Aber das ist natürlich halt eine Aussage, natürlich kann es immer mal sein, dass man vom Pferd fällt, dass man sich dann das Gesicht aufratscht oder irgendwie dann blutet. Okay, das lassen wir mal dahingestellt. Aber was ich dann nicht verstehen kann, ist die Aussage, die angebliche Aussage, die Kieser getroffen hat, dass irgendjemand ihre Eltern benachrichtigt hat und die Eltern dann dorthin kommen, um sie abzuholen. Und das finde ich so ein bisschen seltsam. Natürlich kann es sein, dass jemand das gesehen hat oder also dass es wirklich passiert ist, dass sie vom Pferd gefallen ist, dass sich jemand ihr angenommen hat und dass derjenige dann gesagt hat, ja, ich würde deine Eltern jetzt informieren oder zu deinen Eltern fahren und sie holen. Aber dann hätte er naja gut, das Pferd war noch mit dabei, weil sonst hätte ich gesagt, sonst hätte er sie ja auch nach Hause fahren können. Aber dadurch, dass das Pferd da ist, wäre sie wahrscheinlich ja auch gar nicht dort oder hätte sie gar nicht mitfahren können. Sonst hätte sie ja ihr Pferd alleine gelassen. Ja, das ist so alles so ein bisschen schwierig zu sagen, was dort abging, aber definitiv nur eins, sie ist ja nicht mehr gefunden worden und das halt schon wieder, das ist wieder so ein vermisster Fall, einfach spurlos verschwunden. Wie kann das bitte sein, dass jemand spurlos verschwindet, außer wenn er von irgendjemandem entführt wurde? Und das glaube ich auch in diesem Fall, es muss irgendwas mit dem weißen Fahrzeug zu tun haben, was halt natürlich ein bisschen eigenartig ist, ist, dass die Zeugen sagen, aber sie können sich ja natürlich auch irren, ihr wisst es ja, dass sie zum einen den Mann im weißen Auto gesehen oder im weißen Fahrzeug gesehen haben, der war zwischen 20 und 30 Jahren alt, der Nächste sagt, dass ein Mann einem Mädchen gefolgt ist, dass man das gesehen hat, der Mann aber zwischen 45 und 50 war. So, das ist natürlich jetzt eine Spanne, da können wir gleich sagen, okay, die Person war zwischen 20 und 50, ja, wunderbar, haben wir ja toll eingegrenzt, ne, also, es ist schwierig. Natürlich weiß man nicht, was das alles für Beobachtungen sind, die die Leute da getroffen haben. Es ist auf jeden Fall schon mal super, finde ich, dass die Leute ein Auge darauf haben und sich dann gemeldet haben und gesagt haben, ey, ich habe hier wirklich gesehen, wie ein Mann einem Kind gefolgt ist oder wie ein Kind mit einem Mann in einem weißen Auto gesprochen hat oder so, dass sie das beobachtet haben, verinnerlicht haben und dann auch noch aussagen konnten, das ist schon mal wieder was Positives. Das Negative ist, dass sich manche Zeugen natürlich nicht richtig erinnern oder irgendwie falsche Sachen sagen, die sie aber wirklich glauben gesehen zu haben. Wisst ihr? Es kann sein, dass irgendjemand ein weißes Fahrzeug gesehen hat, dass er meinte, dass es braunen Streifen waren, dann war es aber vielleicht irgendwann eine andere Farbe. Alles schwierig, alles schwierig. Also ja, wenn wir ein bisschen darüber quatschen wollen, dann schreibt mir doch gerne über Instagram, ihr wisst Bescheid, time unterstrich for crime und da warte ich dann auf eure Nachrichten. Ja, also schickt mir auch gerne, das finde ich auch immer sehr, sehr gut, schickt mir doch gerne auch Fallvorschläge und dann bin ich gespannt, was von eurer Seite noch so Schönes kommt. Ansonsten sind wir jetzt schon am Ende, also der zweite Fall war ja jetzt ein bisschen kürzer, aber nichtsdestotrotz auch sehr wichtig. Ansonsten würde ich euch jetzt schon mal in die Woche entlassen, wir hören uns auf jeden Fall am Freitag wie gewohnt wieder und ja, habt bis dahin eine tolle Zeit, lasst euch nicht stressen Leute und genießt das Wetter, wenn es gerade bei euch schönes Wetter ist, dann genießt es natürlich und ansonsten, ja, würde ich einfach sagen, wir hören uns am Freitag wieder, bleibt gesund, passt alle auf euch auf, bis dahin, Tschau. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue Toyota Jahres-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung, seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota-Team Deutschland-Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde, jetzt lossprinden zu ihrem Toyota-Partner. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Kaffee, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional, Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffee-Lösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazapro.de mit allen Kaffee-Lösungen für euer Büro. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Ist was, doch, mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.